Keine Ahnung, liebe Leute, willkommen zu diesem Video. Auf jeden Fall keine Ahnung, warum ich dieses Video mache. Ich habe einfach Langeweile... Bro. Ich bin einfach voll hier so abgeschnitten. Und dann war die Kamera zu weg. Also keine Ahnung, warum ich dieses Video mache. Auf jeden Fall, ich war gerade einkaufen bei Albrecht Discounter. Wer kennt Albrecht Discounter? Ja, dieses Video ist auf jeden Fall aus Langeweile. Und, ähm, ja, 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 ja. Also, da haben wir schon mal den Käse gekauft. Käse gekauft. Ich esse generell wenig Wurst und Fleisch. Ich könnte auch als Vegan, äh, Vegetarier leben. Also, schon mal der Käse, wie viel hat der gekostet? Vegetarier. Also, ja, der hat wie viel gekostet? Ich habe ihn trotzdem geholt. 2,39. Also, so viel wie meistens immer. Ja. Immer. Sonst ist da nämlich weniger drin, nur die Hälfte. Ja. Also, den da habe ich schon mal geholt. Dies ist keine Werbung. Keine Werbung. Aber manchmal muss ich einfach andere Marken holen. Da auch wieder. Werbung. Ich glaube, das ist schon gleich. Also, ja, ist Jodsalz, weil es einfach das billigste ist für 19 Cent. Feine Werbung. Und ich hier seit fünf Monaten bestimmt ohne Salz im Haushalt bin. Ja. Ich koche ohne Salz und Gewürze seit über einem halben Jahr. Und ich bin einfach nur WUT. Ich bin einfach nur WUT. 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 Okay, dass ich WUT bin, das wussten wir schon immer. WUT. 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 Also hier schon mal für ein paar Videos, die ich geplant habe für die Streams. Sixpack 0,3er Cola in Plastikflaschen. Ich suche ganz weit die Glasflaschen. Ich liebe die Glasflaschen. Ich liebe die Glasflaschen. Weil ich wollte mal. Aber leider. Hase rebe die gerade nicht. Wir müssen die bestellen. Die bestellen. So, dann mal wieder. WUT. 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 WUT.